Burnert ist eine neue Kreativplattform, die ist so vorher noch nicht da im Internet. Die ist dafür da, neuen Aufstrebungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Werke zu präsentieren. Wir stellen jetzt unsere Werke dort vor. Bücher, Gemälde, Holzkunsthandwerk und so weiter. Und in der Zukunft ist die Idee auch weitere Künstler mit einzuladen, die sich dort auch ausbreiten können und ihre Werke präsentieren können.